Heute ist es wieder 1.2 in Station 1 Was gehts über euch ab? Ich habe die Muggeln am Laufen bei einem Headset und jetzt packen wir meine Schopter aus, weil ich habe meine Lassie am Laufen und die machen gerade richtig Party-Junge 450 Zuschauer, weil das ist ein Juni-Nong, Alter Ich muss mir mal auf Platz 10 und da ist die Malta wenn ihr noch auf Platz 8 oder 7 kommt oder 7, aber 8, 7 wäre schon gern zu So, jetzt zeigen wir immer hier den Karton machen wir das mal aus dann probieren wir morgen mal aus, da haben die Leute im Hünften dann müssen wir gleich die Leitung gleich mal die Stücke wieder mit den Kollegen und dann setzt ne, dann machen wir das mal ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist das ist die Wolle, weil es damals vor so, aber man wird schon alles ein oder andere gut mein Kollege war jetzt nicht ja, jetzt ist fertig da aber wir machen da drauf ja, das wird doch nicht kaputt man will ja nichts drauf schmeißen wie wir das dort unten zurückgepfiffen aber ja, wie ich da nicht drauf war ja, das ist auf der war toll ich hab dann die ja dann 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 jetzt machen wir das Paket auf und ja jetzt werden wir das mal rändern brauchen jetzt steht die am 5 Uhr kommt das Video um 6 Uhr und ach ich muss immer rändern wie wir denken mal da kann ich irgendeine Kiefer hier zwischen oder ah da geht doch lecker hier ist die Treibung Ordnet die Treibung muss ich hier ist der Hölberding das ist immer gut gute Station hier ist noch ein anderer Ding wenn ihr es sieht geht mir in meinen Karton hier rein weiteres Video wollen wir nicht hier ist der Tonbrett ab und dann muss ich keine Uhr hier ist es die Verlängerung hier wollen die öppeln um und dann das ist was da mit der Trio die Mugge noch hat aber nur auf der Ere auch noch die die ganzen Augen feste auf den ganzen drauf nicht oder keine Ahnung hier sieht es nicht so aus oder ich feste ihn gleich mal ich lade ihn jetzt mal auf aber ich habe nicht viel Zeit und ja unterricht gefallen hat in dieser Siedlung baufrei mit so warm und sicher mit dem Bau ganz lecker ganz lecker ganz lecker ganz lecker wie hier die 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 Mitchell hat die zeig sind von Venice absolutamente ist hier immer hier die 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 ist der ist Nehmen wir es sehen, ein bisschen an, folge, folge erstmal blüße, Klapp mir den, den Staubflöre empfohlen, und ja, mal gucken, was die T-Marke hat mir empfohlen, von der Ausklärung in der Arbeit. Ich weiß nicht, ich darf noch ein Video, wie ich die Arbeit aufnehme, vielleicht freut ihr euch das, oder nicht, bitte in den Kommentaren schreiben, sagen wir bis zum nächsten Mal auf das Sido, wenn ihr ihn nochmal sehen wollt, hier grüße ich den Räuber und an Exel 95, wenn wir unser Geld komplett in Exel, dann gebe ich hier Burger und Bier aus, Alter, dann wird der Bub ja, sehr glatt, dann hau es rein, bis zum nächsten Mal auf das Sido 1001, mach ein bisschen Messen mal, wenn ihr mehr hier wissen wollt, komm mal her, dann hört ihr, haltet ihr das Video hier an, oder guckt hier mal, da sind jetzt auch selbst noch drinnen, komm wir machen bitte noch, hier so ein, hier ist die Halterung, ist doch dabei, ja, ist gut, aber wenn da was dauert, dann wird ja eine Hand zurück die Halterung, und wenn, und dann ist gut, mal gucken, vielleicht dauert er was, wenn nicht, dann soll doch nicht zurückgeschmissen werden, oder so, die Pisa, mal gucken wir mal, ob da was dauert oder nicht, und ja, sag ich mal, bis zum nächsten Mal, ja, wenn ihr eben Geräusch gehört habt, ja, wenn ihr mal Telefon, mein Handy, und ja, sag mal, bis zum nächsten Mal, auf das Sido 1001, sag bis zum nächsten Mal, und grüße nochmal, Exel, heuer, und, Erdogan, grüße an dich auch noch, geht auch noch grüße an dich raus, bis zum nächsten Mal, haut rein, schöne Feiertage noch, oder was ihr macht, keine Ahnung, dann könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, oder, oder nicht, mir scheiße jall, dann, schöne Feiertage noch, bis 70 die Tage, oder, oder, irgendwann nochmal wieder, Peace, ciao, haut rein.